Wie entriegelt man an einem BMW oder Mini den Stecker? Als erstes entriegelt ihr mit einem Schraubenzieher oder von Hand die Verriegelung. Als zweites drückt ihr drauf und zieht den Stecker ab. Ich zeige euch mal wie das Patent funktioniert. Ihr seht, die Sperrnase ist entfernt und der Stecker lässt sich entriegeln.